Ich kann nicht mehr nach rechts fahren, guck mal, ich lenke richtig hart nach rechts, der fett Auto mal ein Stahl lang, warum? Oh scheiße, Digga, wo ist denn hier Gas? Wo ist denn hier Gas, Brudi? Hä, das geht ja gar nicht, kann ich lenken? Ich kann nicht lenken, warum kann ich nicht lenken? Digga, mein Kabelmanagement, ne? So, USB 8.0, die Steckerleiste war noch nicht an. Hallo! Oh, geil, es geht, ey. Dann wollen wir mal, Party! Mach Platz! Okay, dann werden wir ein bisschen langsamer. Oh nein, nicht springen, Brudi, warum denn springen, Mann? Null Kontrolle, Activated. Ja, ha, 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 ha. Also man muss echt aufpassen, wie man auf das Gaspedal berätselt. Ah, ja, ja, ja. Jetzt vorbei, Brudi! Vorbei! Ho! Piro, warte auf mich, du kleinen Nudel! Du kleinen Holznudel! Oh, fuck, hier muss ich rein. Nein, ich bin vorbeigefahren, ne? Ah! Nein, wieso? Okay, das meine ich, es geht schon wieder gut los. Los, schick mich durch, schick mich durch, schick mich durch! Schick mich durch! Hä, schick mich doch nicht durch! Warum nicht? Jetzt bin ich aber durch. Also, das sind so die typischen Anfängerfehler, wenn man mit Lenkrad fährt. Ich versuche mal wieder ein bisschen nach vorne zu kommen, aber das Rennen ist auf jeden Fall Geschichte. Also es gibt auch einen Grund, warum wir irgendwann aufgehört haben, vorerst mal mit Lenkrad zu spielen. Weil es einfach todeschwer ist, ey. Aber jetzt kann ich so ein bisschen zumindest ausprobieren. Da kann man hier sogar mal ordentlich reinbrezeln. Okay, oder auch nicht. Da habe ich mich wieder zu sicher gefühlt. Und das Rennen ist ja eigentlich noch gar nicht so schwer, ne? Das ist ja eigentlich super simpel. Heide Witz, geil. Vielleicht komme ich ja noch ein bisschen ran. Wow! Okay, da hinten sind sie. Okay, let's go. Ich glaube, ich muss gleich mal ein schnelleres Auto nehmen. Ich glaube, es kann noch viel besser werden. Hallo? Piro ist nicht erster? Okay, das hätte ich jetzt aber gedacht. Gut, dass wir einen Muchacho dabei haben, der auch kein absoluter Profi in diesem Game ist. Allerein da. Ja, ich breze mal jetzt nicht voll ins Gaspedal. So wie ich normal Auto fahren würde, sei jetzt mal. Aber da würde ich auch nicht mit 130 hier durch die Wallachei brezeln. Aber ich hätte mal Bock drauf, ey. Mit so einem Auto einfach so ein bisschen in der Landschaft durch zu zwölbeln. Holy fucker, Roni! Holy fucker, Roni! Oh! Okay, alles noch gut, alles noch gut. Da hat mich die Spender ein wenig auseinandergerissen. Dankeschön, Schauble. Ja, Baby. Ich werde hier nicht letzter, Bruder. Ich werde hier nicht letzter. Ja, ja, nein! Ey, ne. Bin ich schon wieder vorbei? Ach, leck mich, Digga. Aber das ist genau das Gameplay, was ihr erwarten könnt eben. Mit, äh... Oh fuck, Koshino, ey. Mit, äh, Lenkrad. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall sehr viel geiler als mit Controller. Mit Controller finde ich es nämlich echt... ein bisschen zu einfach. Komm, wir werden nicht letzter hier. Diesen Deant hier. Den nehmen wir auch noch mit hier. Ja, Baby. Am Cover bist du? Ich nehme ihn mit. Wow, sauber, knapp, ey. Ja. Oh, ho, 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 ho. Ich habe Angst in meine Hose. Oh, der war diesmal echt gut. Ja, ein bisschen abgebremst hier. Oh, no, 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 no. Nicht ganz so schnell rüber. Ja. Ja. Am Cover seid ihr? Ich habe natürlich auch ein bisschen Pech, dass es so dunkel ist. Ich bin, äh, nachtblind. Yeah. Yeah. Und jetzt, Budi, jetzt. Wo ist das Ziel, Dinger? Ich will doch einfach ins Ziel rein. Nur nicht letzter werden. Ah, es wird aber, ey, es wird gerade echt besser. Ja. Easy. Easy, Muchachos. Ja, das war zwar nicht gut. Schlecht war es dafür umso mehr. Let's go, Budi. Digga, Piro gibt sofort Gas, ey. Als würde es keinen Morgen mehr geben. Weg mit euch, ihr Lappen. Skrrrra. Piro gibt Gas. Und was wartest du? Auf Harry Potter? Wuhu. Alter, geil. Feeling, Budi. Das ist richtig Feeling. Alter, da kann ich vorbeiziehen, oder? Weg mit euch. Boah. 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 Ich bin erstaunt, was für ein hektiges geht, wir in den Tag legen. Digga, warum bin ich denn gerade noch durchsichtig gewesen? Ja. Die habe ich doch lecker genommen hier. Boah. 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 Mach Platz. Mach Platz für Pro, 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 Pro. Pro fucking Bosse. Oh, ja, ja, doch, das geht einigermaßen. Oh, kurz vor der Bremse. Jetzt ballern, Digga, jetzt nur noch ballern. Oh, da kommt wieder eine krasse Kurve. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Was heißt hier aufpassen? Da kann ich ja richtig durchschmökern. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, reicht das? Reicht das? Bitte, bitte, bitte. Ja. Okay, bin ich zum Glück dran vorbeigekommen. Digga, mach doch mal Platz hier. Ich habe sein Auto zerstört. Geil. Oh, da hast du deinen Teil wieder. See ya. Und da steht das Ziel. Vorbei. Nein. Ey. Ey, 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 ey. Ey, kurz vorm Ziel willst du mich komplett verarschen. Willst du mich komplett verkackeiern. Digga, richtig ungeil. Digga, ich will gleich nochmal. Das hat Spaß gemacht. Neue Rolle, neue Wand. Fahrt, 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 Fahrt. Dann wollen wir mal ballern hier, ne? Ok, Budi. Ja. Ja, scheiß auf die ganzen Autos hier. Ok, let's go. So, das Auto kann ja gefühlt gar nicht überdrehen. Geil. Ja, Budi. Ramme mich doch nicht von hinten. Digga, ich bremse ab. Der Jürgen ramme mich. Ey, aber die Grafik ist doch schon geil, oder? Leckung Nio, ey. Hammer Ding. Durch da, Mann. Durch. Oh, oh, fuck. Ist das hier Red Bull, oder was? Oh, geil, ey. Das können sie. Ja, mach mal, Piro. Der driftet das. Der kann das. Digga, der Hubschrauber einfach direkt neben ihm. Ah, ich will auch hupen. Wie hupe ich denn nochmal? Hier, äh, ich glaub, der Bruder war das. Was war ich überhaupt für ein Auto? Oh, rein, 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 Brudi, rein. Ja, ich will's wieder zur Route. Ein hin und her. Wow. Oh, ja, aber ich, sieg gut aus. Gleich nach rechts. Digga, Bodenwellen. Ja, mach ich. Digga, so ein Typ, der mir sagt, wann was kommt. Es ist, äh, vollkommen latz so, finde ich. Drei Dühnen, okay, ist das hier Nummer eins? Eins. Zwei. Wer ist das denn? Drei. Schaf nach links. Schaf nach links, jo, mach ich. Oh, fast geschafft. Wie Hühner. Lol. Hab ich gerade, hab ich gerade ein paar Hühnerblatt gemacht? Schaf nicht. Jo, alles ein bisschen platt machen. Boah, das war aber knapp. Digga, wie man hier weggeschaukelt wird, er ist ja richtig crank. Oh, ho, 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 ho. Jo, lassen Sie mich bitte durch. Oh, ich bin durch, lassen Sie mich arzt. Oh, lecker, Leute. Endlich komme ich hier mal so einigermaßen gut durch. Ja, passt. Alter, sieht das nicht geil aus mit den Drohnen? Oh. Ganz ehrlich, ein paar Jahren wird sich das durchsetzen, ne? Guck mal, dafür habe ich sogar noch Zeit. Nice. Oh, Digga, M-She's World-Wechsel. Wir machen es einfach mal. Ja, ha, 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 ha. Es geht schon wieder los. Das kann ja was werden, ey. Alter, läck mich, ey. Ja, ja. Okay, das hat noch nicht ganz gereicht. Wahrscheinlich muss ich schneller sein, ne? Das klappt doch niemals mit Lenkrad. Ja, ich bin auch gespannt. Oh. Oh. Oh, das wird echt hart, ey. Scheiße, ey. Knallgas. Ja, ich mache ja schon Knallgas. Dann kennen wir alle. Ah, fuck. Oh. Das sah gar nicht so scheiße aus. Vielleicht kann ich mich da retten. Ah, nee, leider nicht. Einfach Knallgas hier. Der Winkel sieht gut aus. Ah, doch nicht. Skill. Ey, fuck, ey. Mit Lenkrad ist brutal schwer, ey. Leck meine Knete, ey. Oh. Huah. Oh. Oh. Oh mein Gott. Wir sind, wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Oh. Nein. Okay, okay. Wir kriegen es hin. Oh fucking yeah. Wer hat hier gerade noch gesagt, ich komme nicht weiter? Wer hat hier gerade noch gesagt, ich komme nicht weiter? Ich versuche es nochmal hier. Nein. Noch weiter zurück. Oh. Oh. Los. Hu. 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 Nein, okay. Weiter, weiter, weiter. Aber wir kriegen das hin, ey. Ja, geil. Ich sehe nichts. Oh. 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 Bro fucking bosser. Oh. Oh. Ja. 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 Oh. Was? Ticker, ich hatte es. Oh. 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 Wie soll ich denn bitte... Wie? 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 Nein! Oh, das war gut! Oh, fuck! Wie kriegen das hin? Also, die Kameraführung, ey, die ist richtig... Oh, die ist richtig schwanzig. Ich krieg's hin, Digga, ich krieg's hin. Bam, Digga! Easy first try begins. Bam, 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 bam! Das findest du schon schwer? Ich hab Emschi-Wechsel und so einen Tobak eingebaut. Ja, cool, danke. Schaube, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja? Ja? Ja, warum drehst du dich weiter, Brudi? Ja, wir rollen einfach, wir rollen. Nächster Point, Muchachos. Nächster... Wow, 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 oh, 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 oh. Okay, darauf bin ich jetzt nicht so klar gekommen. Ach, du heilige Mutter Maria, Mutter Maria. Na, 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 na. Easy first try, ja, na, na, na. Na, 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 na. Oh, da hat gar nicht so viel gefehlt. Willst du mich komplett ficken? Nope. Okay, das war auch nichts. Hä, wie schoffelt das nicht deine Map? Willst du dich verarschen? Digga, fick dich, Digga. Aber sowas von. Oh, 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 oh habe ich da gerade noch gesehen? Ich wollte mich doch zerstören hier ey. Uuuuhh! Nein, haben wir auch Käse? Uuuuhh! Uuuuhh! Wer ist dieser Purr-fucking-Bosser? Uuuuujuhhh! P обяз ... okay. Alter, das wird jetzt übel äh ... Alter was? Hä? Alter Schwede! Ach du, heilige Makrele! Åh FAQ man! Was! Willst du mich ficken! Nein, der Winkel ist schon scheiße. nein, ey, dieses ganz feine Lenken, das Fuckt mich! Also ich muss mich auf jeden Fall hier noch ein wenig mehr konzentrieren alle kennen ja ja es wird auf jeden fall schon mal ein bisschen besser ich spule auf jeden fall zurück aber ich kann nicht sagen bis wohin war okay dass das jetzt schon viel viel besser ich war doch schon durch brudi ja ja viel viel angenehmer viel viel angenehmer oh ja wer seid ihr armen kardiger ich rasiere euch alle also ich muss auf jeden fall die einstellung vom lenkrad noch ein bisschen besser machen die ist vollkommen knete wie ich das eingestellt habe aber die map ist schon sehr sehr geil aber ich habe gerade ein bisschen angst in der hose geil digger also bei jedem bei jedem sprung der funktioniert freut man sich einfach digger scheiße bin ich gut leck mich okay ich nehme alles wieder zurück er lenkt automatisch nach links warum lenkt er denn automatisch nach links ich muss bin erstaunt was für ein hektiges geht hallo nein er lenkt er lenkt wirklich automatisch ich kann nicht mehr nach rechts fahren guck mal ich lenke richtig hart nach rechts fährt automatisch da lang warum okay dann habe ich jetzt ein problem weil ich ich hau richtig rein aber es passiert nichts ich muss richtig krass nach unten denken hier ich schlage ein digger ich schlage eine kommt nicht nach links ganz genau maximal maximal er macht gar nichts okay muss wirklich auch wenn ich am ende noch hochgefahren okay wenn ich weiter zurückfahren und könnte es und könnte ich hinkriegen unten 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 und jetzt ja wir werden irgendwie durchkommen und können wir noch fahren fahr 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 okay wir müssen ein bisschen schmufa dran kommen es wird nicht besser aber wir kriegen das sind mutter schuss hat man ja 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 mutter es wird es wird es wird ja ja es wird besser und das ist das fühlt sich aber so gut an gällerentt ihr dann rechte übrigens Das fühlt sich so gut an wie bei so einer GTA-Milk, wo man plötzlich einen schweren Scheiß schafft, ey. Ey, man lenkt doch nach links. Er zieht wieder automatisch nach rechts. Warum, Alter? Muss jetzt wieder wahrscheinlich so und jetzt richtig hart einlenken. Ja, nicht mal, wenn ich Todeseinlenke passiert, was, ey. Digga, ich lenke. Oh, fuck. Er will einfach nicht da lang, ey. Digga, als wäre hier so ein Geisterfahrer drin, ey. Der da um den Kreis fahren möchte. Nein. Nein, ey. Ich will unten fahren, unten langsam. Nein, nein. Ja, langsam fahren, langsam fahren. Lenk, Lenk. Langsam fahren. Ja, 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 ah, 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 ah. Okay, das könnte schwierig werden. Wir fangen es trotzdem. Ey, aber der lenkt wirklich automatisch, ey. Ey, das geht mir so auf die Nüsse, Digga. Das geht mir so auf die kleinen Nüsse. Halten wir fest, Marvin hat kleine Nüsse. Digga. Ich will nach da oben. Aus. Aus. Interessant jetzt, wie das Lenkrad sich spielen lässt. Lenkt auf jeden Fall nicht selber. Ist irgendwie merkwürdig. Davor hat es immer noch so selber reingelenkt. Okay. Schon mal, ey, viel, viel angenehmer. Viel, viel angenehmer. Oh. 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 Geil, Alter. Geht doch. Oh, leckischmeckibudi. Und warum lenkt der jetzt schon wieder? Ja. Hier, der, der Tanz, Digga. Seht ihr, wie der lenkt? Ich will hier lang. Oh. Okay, er ist noch suicide-mäßig unterwegs und will unbedingt dagegen. Aber vielleicht kann ich da ja dann oben langfahren. Nein. Nein, er ist wirklich suicide-mäßig. Er will unbedingt in die Mitte. Dann fahre ich jetzt mal wieder langsam. Ja. Oh. Ja. Nach links, Digga. Fahr doch nach links. Ich fahre links. Oh. 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 Es wird. Muchachos, es wird. Oh, fucking yeah. Mieser kleiner Klaxigon-Verkäufer, ey. Hier kann er mich mal ein bisschen lenken. Da soll er mich schön die Ideallinie lang zaubern. Das macht er aber nicht. Oh, eben gerade war es nice, ey. Ja, ja, ja. Oben, oben. Ja. Ich muss dranbleiben, bitte. Bitte fahr weiter. Los, 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 fahr weiter. Ich habe es doch da fast. Los. Nein. Nein. Ja. Oh. Oh. Da ist der Punkt, oder? Nein. Wo bin ich? Ist das gut? Ist das schlecht? Oh, ich bin weiter, ne? Oh, fucking yeah. Oh mein Gott, jetzt kommt ein, oh, jetzt kommt ein Dünner, ne? Alter, jetzt kommt ein Dünner. Da fahr ich aber so. Oh. Never, Digga. Never, ey. Digga, wie soll ich das denn hinkriegen? Kann ich da so ein bisschen Mittelspeed durchfahren? Ne. Alter, ey, langsamer droppe ich da aber richtig, ey. Muscle Memory auf minus 12. Skill ist ja, denke ich mal, auch eine Art von Trainingserfolg, ne? Das findest du bei mir nicht. Das Ding ist, da ist der. Ne, echt? Digga, das hasse ich doch schon in GTA. Wirst du mich komplett ficken? Wie soll ich das hinkriegen? Digga, ey. Ey, ey, jetzt mal ernsthaft. Du willst mich doch richtig auseinanderlümmeln, ey. Digga, ich fahr jetzt hier oben. Ey. Digga, in welchem Universum soll man das hinkriegen? Digga, holst du mich nicht weg, ey. Ja, guck mal, was ich hier machen muss. Siehst du die? Siehst du, wie er lenkt? So muss ich hier durchfahren, oder was? Ey. Was ist das? Das Lenkrad kommt auf jeden Fall gleich in die Mülltonne. Digga, ist hier irgendwas weggebrochen? Digga, Lorenz macht sich einen schönen Tag hier in der Sonne, Alter. Ich bin so ein Map vergewaltig. Brusa. Okay, weiter geht's nicht. So, Muchachos. Dankeschön. Digga, was für ein Schmutz, ey. Coole Map. Sehr coole Map. Digga, alt F4. Insta. Oh, nett. Oh, das gefällt mir. Okay. Ein paar Points. Kann ich mir später noch ein bisschen was kaufen. Lästiger Tanz. Chevy Camaro. Okay. Oh, schade. Ich hätte gerne den Porsche 911er natürlich. Es sind schon geile Karren hier. Lecko, Mio, ey. Okay, da kann ich fett einkaufen. BMW M2. Okay. Der steht ja normalerweise immer vor einer Shisha-Bar. Digga, fünf Drehungen übrig. Geil, ey. Die nehme ich doch alle. Next, Brudi. Oh, oh. Digga, der Jaguar. Der ist aber auch nicht schlecht. Digga, Lambo. Das ist aber auch schon ein älteres Modell, oder? Digga, Renault Clio. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Oh, jetzt sammeln wir aber richtig, richtig Punkte. Geil, ey. Wer hat mir das denn geschenkt, ey? Alter. Okay, das ist aber gestörte Scheiße, Mann. Warum hast du nur fünf Millionen? Hast du den Bug nicht gemacht? Nee, ich hab keinen Bug gemacht. Oh, der gute alte Subaru. Das ist doch immer Dekos Auto. Nice. Sea of Thieves Titelmusik. Okay, das ist aber lecker. Oh, BMW X5. Oh, Digga. Was ist das denn für ein Auto? BMW Isetta. Aus welchen Jahren kommt der denn, Alter? Entweder kommt Massiv aus der Zukunft. Oder der kommt aus 1430, Digga. Damit ist Luis der Dritte von Frankreich irgendwie zur Arbeit gefahren. Oh, wow. Ha. Ferrari finde ich schon ziemlich muy sexy. Verwirrt. Ey, ganz ehrlich, eine Kazoo-Kapelle. Da muss ich aber nochmal reingehen, ey. Ah, okay. Den Mercedes-AMG hätte ich natürlich auch genommen. Oh, da haben wir den BMW 1er. Oh, nee. Der sieht auch nicht schlecht aus. Der hat mich wirklich nie hinterfragt, warum ich Ferrari so geil finde. Oh, Lambo Sesto. Das ist schon, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil. Ich glaube, den haben wir für sehr, sehr viel Geld damals gekauft. Für sehr, sehr, sehr viel Geld. Geil, ey. Okay, okay, das ist natürlich nice. Ja, ein bisschen, ein bisschen hier noch rausbrezeln. Dann habe ich da schon mal was, äh, was gut gemacht hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Vielen Dank.